And the crowd has begun to show Gunz Five Hey, jetzt warte. Und dann gleich. Oh, du hast den Zeppling. Uh, der damn Zeppling. Hey, jetzt siehst du es gleich, wie es aussieht. Wedel so ein bisschen mit ihm rum und dann siehst du, dass du durchschauen kannst. Stimmt. Die Augen. Das ist richtig geil, gell? Ja. Also, ich wollte genug Gold, um mit den Name-Change zu machen. Was, Bug-Split jetzt schon? Rezept. Bug-Split im Loading-Screen OP. Geht's los? Geht's los? Ja. Echt jetzt? Ja, sind jetzt gerade 23 Sekunden. Ich bin immer noch nicht drinnen. Hm. Na jetzt. Oh, der Schein ist fachsbedürftig. Nu geht's los. Ich bin immer noch nicht dringend. Ich bin nicht dringend. Und ich bin jetzt 14 Sekunden. Ich bin jetzt nicht dringend. Einmal gell. Du hast die Reiflung Beteere. Das war deswegen. Ich bin nicht nur ein wenig. Minions have spawned Metal is perfection Function overboard What's he doing? He's close Why start he with red buff? I don't know He wants the level 2 gank Yes Too many red threats Too many red threats Yeah How do you call it today? That's the lane Bugsplit What? Wow Wurde ich getötet? Ja GG I can't see you How do you call it? I can't see you How do you call it? No She's not gonna go The other party I can't see you He's not gonna go Rito, please. Ja, sie haben natürlich die Opportunity sofort ausgenommen. Ja, natürlich. Ich könnte so kotzen. Ja. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich hab's schon gehabt, dann wär er tot gewesen. Das war's für heute. 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 Servus Terminator. Der Terminator schaut zu. Hallo, hallo, hallo. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Da muss ich beschützen. Es ist halt so beschissen, dass ich... Die Mitte fehlt. Siehst du scheiße Bug-Split. Hauptsache der Bug-Split ist weg und dann ist Botlane easy win. Ja, es war halt gerade bitter. Ja, der Jarvan ist gestorben. Ja, Jarvan ist gestorben, weil er in Ward rein und alle kommt von Vel'Cos abgekriegt hat. Ah, es ist bitter. Ja, er hat alles abgekriegt, aber er hat wirklich alles. QEW und Ult war es GG. Die haben im Jungle... Die Puppe. Oh, es ist gut. Ja, da hat mich die Puppe gerade noch so an die Wand bekommen. Sad. Ja, ist mich beschissen. Aber die Tristana ist gut. Mann, was? Der Jarvan ist nicht besonders schlau, habe ich das Gefühl. Ne. Ich merke es. Von den Reactions her auch ziemlich langsam. Schade. Ja, wir hätten jetzt locker einen Double-Kill holen können auf der Botlane, aber dann kam halt die Puppe und die hat nicht an die Wand. Ich hatte keinen Flash ready. Ich dachte, ich komme vielleicht gerade noch so aus der Range raus, aber... Was ist richtig? Ich schade mich nicht so aus. Ich hatte die Eline hat, aber es war nicht so aus. Wir wollen die Flieger. Ich habe die Flieger. jetzt habe ich den so lang von backporten die neid er musste dreimal abbrechen mit der fehlt die ist wahrscheinlich beim blubuff also könnte danach runterkommen aber ich glaub's nicht er ist top die poppy wird ekelhaft, die hat 3 noten poppy ist auch so ritual als der gem ohne Spaß wow 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 was macht ihr noch? weil ihr blöd an pinkrop gehabt von over 9000 komm, ich darf dumm rein ja der luschen ist halt nicht so ja javan ich habe keinen mana mehr aber den kann man noch easy killen ja ne wie findest du die? ja geil ich mag das dass ich meine rolle krieg die ich will ja der renackten ist aber auch gut dabei glaube ich ja es geht ja 0 1 wo der lager geht ja ja aber sonst ganz stabil eigentlich ja oh god der javan der sieht da der ist so blind junge ne der hat schon gesehen aber der traut sich zu viel nicht besser ja der ist äh confident confident as fuck ja die hat keinen flash mehr jeho rennack gönnt sich komm 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 rennack nein 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 ja der gönnt sich und ja 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 komm ja nice hat er gut gehen war close aber war gut aber war gut ja fuck da habe ich sie wieso ist die nochmal rein die hat einmal wegschmeckt ach die hat heal noch und hat sie nicht raus bekommen äh unlucky vitres er will da jetzt nicht engagen oder bitte sag mir nicht dass der engagen will hat sie ja schon komm mal runter die kriegen wir auch noch die kriegen wir auch noch ähhh ein bisschen zu slow ein bisschen ein bisschen ja die ulti war halt auch ein bisschen overdone mhm wahrscheinlich ja wahrscheinlich lieber save ja ja gegen den velcors in der mitte komme ich auch klar also muss ich einfach nur lang genug save spielen dann habe ich die ult wieder ja die machen den herald mhm mach den harald den harald den harald nein ja da ist der harald tot das ist ziemlich beschissen für den redacten aus ja das sieht nach ripp aus ja das sieht nach ripp aus ja das sieht nach ripp aus hat mir die eh wieder uuuuuh der flash der flash der war der war beautiful der flash und der velcos ist die ganze zeit so am raum dass ich die ganze zeit seine mutter gepusht krieg ja das ist ja gar nicht schlecht ja wir haben jetzt ein top turret dafür gekriegt logischerweise hirv 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 hin hirv hinter euch kommt die p ok ich lauf dir entgegen Wie kommst du den? Da ist der Vel'Kasten auch. Mein Shield kommt zu langsam. Mist. Nein, Lugel. Bitte. Ja, ich weiß halt nicht, warum die Tristana da engaged hat, wo ich gerade an B geworden war. Hm. War nicht so klug. Und der Jax überlebt halt gerade noch. Ja, und die Ding auch. Lucky. Das ist ein Wichser. Ah, da sind drei Leute auf der Wattlane. Ja. Du musst unbedingt Mitte durchpushen, ihr müsst was machen. Ja, ich habe gerade Blubuff und dann bin ich Mitte pushen. Wow, 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 der Renekton geht. Wow. 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 Der ist suicided. Push durch, bitte. Hol den Tower, das sind vier Leute auf der Wattlane. Mach ich, mach ich. Mach ich doch. Der ist auch down. Mach ich‽ Der Flash war nicht schlecht daraus. Nutella, ich bin definitiv für Nutella. Ja doch, zuerst die Marmelade, zuerst Marmelade und dann Nutella. Ja doch, zuerst. Ja doch, zuerst. Ja doch, zuerst. Ja doch, zuerst. Oh, der Lucia macht Schaden. Ja doch, zuerst. Ja doch, zuerst. Das war so geil. Der hat geultet und ich hab ihn danach direkt geultet. Mein Ult ist ein Interrupt. Wollt ihr gleich noch Ding ins Brand setzen oder wie? Ja, passt. Tja, was kauf ich jetzt am besten? Ah, ein Ding wiederkommt. Ich weiß nicht, was ich heiße. Wisdom becursed, also so. Der Javan hält halt nix aus. Wuhu. Good job. Ja, das war schön. Ja, da haben sie sich in einen dummen Fight positionieren lassen. Ja. Sollen wir Baron gehen? Baron? Weiß nicht. Ja, der Javan ist gleich ab. Ja, dann müssten wir jetzt den Interrupt weg. Ja, dann müssen wir den noch machen, ja. Wenn der checkt schon. Nein, der lästige. Ah, gut gemacht. Oh, lol. Oh, lol. Nein, nein, geh weg, geh weg, geh weg. Oh, ja. Ich hab nur das Feld gelegt, meine ich. Naja. Damit sie gar nicht auf die Idee kommen, der Herr zurück. Ja, der Lucian tiltet schon. Ja, klar tiltet der, was soll er sonst tun? Na, ist kein Stress. Ich kann sie verteidigen. Was macht der Jax da? Ja, keine Ahnung. Was macht der Jax da? Ja, keine Ahnung. Ja, die Fights sind nicht unnecessary. Oh, nein. Wenn ich ihn mit dem Weg sicher treffen hätte können, dann hätte ich ihn gekillt und sonst. Ja. Na. Geh jetzt. Naja, zurückgang. Oh, ey, was macht denn der? Der ist doch dich. Der Renekner. Die ist doch greedy as fuck. Oh. 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 Nice one. Nice one. Schön, schön überheaded. Rüberspringen. Mit hat er nicht gerechnet. Oh. Oh. Im Endeffekt war es trotzdem nicht. Ja, aber wir hätten sie alle killen können, ohne dass einer stirbt. Ja, aber der Renekner sollte halt nicht immer engagen, wenn der Ding nicht da ist. Ahhmm. Boom. hmmm wenigstens keine Javan smiten haben wir... nein, nein das meinst du? äh, ne jeder ne na, wir sollten eigentlich top gehen weil bot slowpushed genau ne überhaupt, wenn wir sie in einen fight forsen wird mitte durchgepusht, das heißt wir können also müssen naja, forsen break ok oh, der dritte ja ja, jetzt den inhip, den inhip, den inhip, oder? ja wenn wir den zu zweit forsen, ich bin mir halt nicht sicher gegen die Poppy wenn wir so stehen, dass sie uns nicht stunnen kann ja ja das war bitter ich wollte zu dem zeitpunkt schon wieder ein bisschen weiter unten stehen schau mich da weg fasset nein ja, doch das ist halt Javan jetzt stirbt da oben stirbt halt trotzdem jeder ja wir hätten gleich mitkommen müssen, dann hätten wir, hätten wir ein easy gekriegt dann f*** 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 oh Gawd das Bier mach Noel er f*** 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 er f*** f*** Ja, aber er spielt ja doch, oder? Nee. Wir haben gerade zuerst das researcht für irgendein Projekt, wie auch immer. Und jetzt geht er in sein Zimmer und lernt. Und die andere Scheiße. Ich meine, die Tristana spielt schon gut, aber irgendwie... Manche Calls sind aber trotzdem nicht worth. Ja, wir hätten vorher z.B. Endeff machen sollen. Das ist ja wesentlich mehr worth gewesen. Vor allem hätten wir in Easy gekriegt, wenn alle mitgegangen wären. Ohm, Vel'Koz ist mit einem eh fast Half-Life. Ich hab 300 AP. 350. Ich spiele gerade echt schlecht. Das ärgert mich. Ich könnte wesentlich besser spielen. Aber irgendwie... Naja, eigentlich sollten wir... Top fängt an selber zu pushen. Gott. Achso, der Tower ist eh so low. Hm. 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 Hm... Wooo! Hast du die Triple Bubble gesehen? Ja man, und ich hab meine Ultra 4 Leute. Nooo... Der... Der... Oh, GG. Oh! Delicious! Ja, der Bombo-Comp. Da war die Bombo-Combo real. Aber sowas von... Oh... 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 Bis zum nächsten Mal.